einen wunderschönen willkommen zurück zu einer weiteren folge von elex ja fragt bitte nicht ich weiß nicht was hier passiert ist der hat sich auf einmal durch das durch das kämpfen da rein geglitscht ja und dann ging es total schnell das waren nur paar schläge wahrscheinlich weil der irgendwie keine ahnung also mit der umgebung verschmolzen ist ist das lecker ist das lecker hier ja jedenfalls haben wir das problem nicht mehr das finde ich gut ja doch das doch das das finde ich sehr gut und hier ist ein schwert giftkriegerschwert 2 wie wie ich glaube wir sollten auf zwei händer gehen aber guck mal was das was das brauchen noch 14 14 um das benutzen zu dürfen überlegen des giftkriegerschwert der berserker du siehst den rosa toll doch auch oder ja schön schön was man ja alles so findet ja jedenfalls ja aber aber endlich die mission geschaffen hier ist ein heidrank hier verwalte einer wie es aussieht tasche kann man nicht mit dem ok das war eisenerz so aber ich glaube hier werden wir nicht mehr finden die hatten wir schon dort haben wir das erz mitgenommen da oben ist doch ein bisschen das können wir abbauen 20 elixit sehr gut so wir haben jetzt die mission erledigt ab besser wie das war igna don haben wir aber gar nicht mehr ne finger weg die mission ist weg dann geht sie wahrscheinlich wieder nur so als ja danke dass ihr geholfen habt ihr seid richtig gut und ihr steigt jetzt im rang der steigt im rang auf gut dann bei der verlangt dass ich mich aus der angelegenheit ursache wirkung wolf im scharspelz wir gehen mal hier hin ich weiß das wird auch uns den kopf kosten aber wir schauen mal wir standen ja schon mal die augen eines vogels blicken können ja sicher sie bemitleiden uns menschen guck mal da drüben ist schon action da drüben ist schon action äh feuer geht's los k.i ship okay nee dich 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 nicht jetzt gerade aber ja mit ihm zusammen mit ihm nicht zusammen mit ihm nicht zusammen mit ihm nicht zusammen ui nein warum die sind so heftig sind uah ach wir hatten die schon die ganze zeit in der backe oder was wieder so ein vieh was so eklig hart schwer ist ne 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 du triffst dich nicht au du triffst dich uah ist klar ähm hier wird nicht abgehauen nein ich muss ich muss ja aufladen irgendwie wahrscheinlich werde ich gleich wieder angegriffen ähm ich kann mal festhalten wir schaffen es nicht das ist weil den letzten kontrollschritt kriegen wir vor dem dicken und das überleben wir nicht guck mal der der fällt schon um das schaffen wir nie nie im leben schaffen wir das wir sind einfach nicht stark genug die frage ist bloß wann ist es für wann ist es vorgesehen dass man das schafft ich könnte jetzt so lang gehen und äh von eins zwei drei sachen warte marta sind vier kleine wobei ich überlege gerade wir könnten vielleicht wir könnten vielleicht wir könnten vielleicht das machen das problem ist wir müssen abhauen in der hoffnung dass es klappt wir können die bei der r wir wir die bei ihr die die dass die 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 Hau ab! Hau ab! So. Haut das hin? Oh Gott, er kommt. Er kommt. Okay, jetzt haben wir ihn abgeschüttelt. Gut, wir haben jetzt nämlich die Drohnen erlegt. Was ich nämlich probieren will, ist, dass wir mit Kaya... Hau, du kannst hoch. ...mit Kaya ihn angreifen lasse und ich mir schnell die KI-Chips von den Drohnen hole. Das wäre eine Option. Das wäre eine Option. Oh, wir kriegen schon gleich wieder Besuch. Okay. Ähm... Ähm... Wer ist da runtergesprungen? So viel dazu. Ich schaffe es gar nicht. Huch! Okay, sie steht auch sehr angespannt an der Ecke. Ähm... Ach, da unten ist ein Vieh. Okay, deswegen. Ähm... Ich stelle was essen. Also, wir schaffen es nicht. Gut. Ähm... Oder weniger gut. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Wir können doch nicht so... Ähm... Äh... Was? Ach, das Vieh ist es gewesen. Ich dachte, hier ist die ganze Horde jetzt im Anmarsch. So. Okay. Das heißt, wir müssen den Dicken echt noch... Äh... Äh... Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alles nur das nicht. Der Kampf... Der Kampf da vorhin, der hat... Äh... ... mir gereicht mit dem letzten Vieh. Hm. So, was haben wir denn hier noch Hübsches? Das Schlimme ist, ich weiß aktuell... ...äh... ...aufgrund der großen Verlorenheit hier... ...nicht, was ich machen soll. Also... Also, wo ich jetzt weiter fortsetzen soll. Weil irgendwie ist alles irgendwie so megamäßig hart und kompliziert. Sodass wir da an einigen Stellen überhaupt nicht ansatzweise weiterkommen. Da fühle ich mich ein bisschen verloren, muss ich mal ehrlich sagen. Ähm... Okay, das ist das. Da kommen wir aber irgendwie nicht weiter. Eigentlich bräuchte ich hier noch tatkräftige Unterstützung. Ich bräuchte sowas wie ein Bot oder so. Theoretisch bräuchte ich Croni dafür. Wobei Croni, das ist doch so... Ah... Ich komm' ja da nicht weiter. Ne? Bei Croni. So, ich kann ja hier drüben hin und dort ist ja Croni. So weit, so gut. Und ich soll eben halt ein Steuerschip besorgen für ihn. So weit, so gut. Hier hinten müssten auch noch irgendwelche Viecher rumlaufen. Da drüben steht schon einer. Zwei Stück. Drei. Vier. Da. Und der kommt jetzt hier gleich. Wollen wir wetten? Ja, da ist er schon. Komm her. Komm her, lass. Beweg dich. Ja? Jetzt er. Ey. Ich hab ausgewischt. Du bist Töle. So. Mann. Da ist noch einer. Zwei sind da. Hm. Zwei getriggert. Okay. So. Äh. Vier. Oh. Ja, ja. Oh. Oh. Das ist jetzt aber. Das ist doch okay. Oh. Oh. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Äh. Das ist. Ich bin viel zu schwach. Ich bin viel zu schwach. Ich bin viel zu schwach. So. Du kannst nicht mitkommen, weil. Äh. Ich schau mal. Guck mal. Da ist ein Dicker. Wobei die Verteidigungslinie haben wir ja hier schon. Oh. Aua. Hui. Sollte es klappen? Ich speicher mal. Uiuiuiui. Uiuiui. Jawoll. Super Kaya. Okay. Wer läuft da? Was ist das? Ein Zettel. Hier fehlt mir so eine Schnelltaste, dass man sich den Zettel angucken und lesen kann. So muss ich immer wieder. 21. 21. 11. Ich glaube, das muss ich mal aufschreiben. 11, 21. 11 und 21. Einer von den Zetteln war es. Jut. Haben wir hier drüben noch irgendwas? Hier ist da bloß der Schalter. Ein Aushang. Was ist da? Aushang. Aushang. Hatten wir das nicht hier? Ach, das waren bloß die, äh. Das Blaue Haus des Eltern. Ja. So, Aushang. 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 Da. Aus gegebenen Anlass wurde eine neue Nummer gezogen. Der Teilnehmer mit der Nummer 12 hat sich unverzüglich zum Maschinenraum zu begeben. Mit der Nummer 12. Ob wir die Nummer 12 finden? Was liegt denn da? Steuermodul. Ah, das ist das, was wir brauchen. Aber nun gut, ähm. Wir drücken hier den Schalter. Ich will gucken, was hier oben ist. Ui. Sauber. Sauber. Noch ein Zettel. Welche Nummer ist er? Fünf. Okay. Wir, 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 wir essen mal kurz was. Was nehmen wir denn? Setzerbrot. Eins, zwei, drei, vier. So, das sollte reichen, hoffentlich. So, was liegt hier noch rum? Ein Kliegenbott. Okay, nichts weiter. Dann fahren wir die nächste Etage hoch. Weil von oben können wir ja runterfliegen, ne? Gefährliche Gegend. Jawohl, ja. Aber bis jetzt sieht es hier noch gut aus. Nur in den Keller sind wir noch nicht gekommen. Jetzt aber. Erfolg freigeschaltet Menschenfeind. Ich bin kein Menschenfeind. Er hat noch einen Zettel. Ist sie zwei. Haben die hier Lotto gespielt, oder was? Die anderen sind, glaube ich, noch eine Etage oben, ne? So ein paar Granaten. Hacken können wir. Ich bin nicht gut genug. Ah, Mist. Mist. Also, wir haben oben auf alle Fälle laut Radar noch zwei. Ich guck mal hier noch, ob noch irgendwas anderes zu finden ist. Sehen wir hier irgendwas, was sich lohnen würde? Eine Kiste. Okay. Gut, wenn wir das Hacken gelernt haben, ist es ja dann auch nicht so tragisch. Oh, hier, guck mal, Trockenfleisch. Sehr gut. Gut, dann fahren wir noch mal mit dem Fahrstuhl noch eine Eber her. Hui, 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 hui. Oh, das ist doch nicht... Ähm, wir wurden überrascht. Ähm, wir wurden überrascht. Oh, das ist ein Commander. Ich muss erst mal durch seine Rüstung durch. Oh ja, ja. Ähm, hat er mich gerade irgendwie mit, mit, mit Fokus geblockt, oder was? 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 Nein! Nein! Kaya! Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ähm. What? Was war das gerade eben? Wir hatten keine Ausdauer mehr. Oh, oh. Ist der Fahrstuhl hochgefahren? Nein, ne? Gut. Oh, wir hatten echt keine Ausdauer gerade mehr. Das, ähm... Ist nicht gut. Warum nicht? Oh. So, dann heilen wir uns mal kurz hoch hier. Oh, schau. Ziemlich starker Schnaps, okay. Na, ein bisschen Wein können wir noch hinterher kippen. So, was machen wir denn? Das schaffen wir doch nicht. Also, schön wär's, wenn Kaya jetzt noch mal aufstehen würde. Kaya, steh auf! Irgendwie... Ich sterbe, ich sterbe. Ich habe keine... Ich hab kein... Keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Ähm... Gut, ähm... Was machen wir denn da? Ähm... Ja, ich würde sagen, wir flüchten. Bleibt nichts anderes übrig. Ich hoffe, Kaya kommt hinterher. Ähm, wir müssen flüchten. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich mich dieser... Ähm... Dieser Dingsentzugsgeschichte entziehen kann. Kann ich eigentlich jetzt Schnellreise machen? Nein, kann ich nicht. Oder? Könnte ich jetzt Schnellreise machen? Kann ich nicht. Okay. Gut, wir gehen... Aber jetzt... Ach komm, das war doch eben gerade... Eben war doch kein Fokus... Jetzt. Da war wieder Fokus drin. Schlechter Zeitpunkt. Hui! So geht's auch. Kroni, altes Haus. Wo ist sie denn eigentlich? Oh ne, die bleibt jetzt nicht wirklich da liegen, oder? Ähm... Ich habe ein Steuerungsmodul gefunden. Oder wie? Mal sehen, ob wir dich wieder hinkriegen. Zu welchem Preis? Deine Waffensysteme funktionieren immer noch nicht. Aber zumindest solltest du jetzt leichtere Kommandos befolgen können. Also, du bleibst ab jetzt an meiner Seite, wenn ich dich rufe. Analyse, Steuerung, kalibriert. Jawohl, Sir. Oder wie? Sehr gut. Es funktioniert. Ich habe mein Lager zwischen Edan und Abesser aufgeschlagen. Hier sind die Koordinaten. Neue Daten erhalten. Gesichert. Kommander, Analyse, falsche Fraktionszugehörigkeit. Oh. Tja, Kleiner. Da müssen wir jetzt durch. Empfehle effektivere Ausrüstung. Ja, ja, ich arbeite dran. Das wird schon. Ja, Kommander. Ähm... Kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Waffensystem defekt. Verteidigung insuffizient. Hast du eine Ahnung, wo wir einen Ersatz finden? Ressourcensuche. Austausch möglich. Alle Ju-Einheiten. Vielleicht funktionieren die Waffensysteme von Cronio 3 noch. Mitkommen. Okay, Kaya verlässt die Gruppe. Wir haben Croni. Wie sieht's aus? Warte mal. Ich guck mal, wie... Neue Waffensysteme. Wo uns das hinführt. Hm. Da waren wir nämlich schon. Das ist am Anfangsort. Na klar. Aber... Wir machen einmal ganz kurz... Noch ist Kaya. Ah. Ich hoffe, sie kommt nach Hause. Nicht, dass wir sie da festgebackt haben. Lass sie bitte nicht da festgebackt sein. Ach, sie ist da. Sie ist da. Okay, gut. Ja. Folgen, Bäuschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Euer Feierfax. Dankeschön. Ja. Vielen Dank.